Also willkommen zu unserer Veranstaltung unter dem Titel Nach der Klatsche geht noch was für die Linke. Das hier ist eine Veranstaltung organisiert von der Sozialistischen Alternative, SAV. Wir sind eine bundesweite und internationale sozialistische Organisation und sind aktiv in Bewegungen, Gewerkschaften und eben auch in der Linken. Ich habe auf Facebook irgendwo den Kommentar gesehen zu dieser Veranstaltung. Reden überhaupt auch linke Mitglieder? Und die Antwort darauf ist ja. Der erste Redner gleich wird Klaus sein. Der ist aktiv in der Linken Köln-Kalk, saß von 2004 bis 2014 für die Linke im Stadtrat und genau, ist da sehr aktiv. Die nächste Rednerin ist die Anne. Anne ist seit der WSG in diesem Projekt Die Linke dabei. War Bezirksverordneter in Berlin-Mitte, lebt jetzt in Kassel und ist da auch aktiv in der Linken. Ich selber bin sehbar. Ich war lange Zeit im Landesvorstand der Linken in Bremen, war Direktkandidat zur Bundestagswahl 2017. Damals zwölf Prozent der Erststimmen geholt, mehr als die Grünen. Vor zwei Wochen waren viele von uns ja auf Wahlpartys, wo relativ bald klar wurde, dass es kein besonders schöner Abend sein wird. Und seitdem hat in der Linken die Diskussion darum begonnen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Die verschiedenen Strömungen und Flügel machen sich jetzt bereit für den Kampf um die Interpretation des Wahlergebnisses und was man daraus für Schlüsse ziehen muss. War Wagenknecht schuld oder war die Abgrenzung von Wagenknecht schuld oder war der Kampf um Wagenknecht irgendwie insgesamt schuld? War es die Orientierung auf Rot-Rot-Grün und das Mantra von CDU verhindern? War das die richtige Taktik? Und wahrscheinlich stimmt alles davon so ein bisschen und nichts nur. Also es gibt, glaube ich, keine einfachen Antworten auf diese ganzen Fragen. Aber was, glaube ich, klar ist, ist, dass es ein grundsätzliches Problem ist, vor dem die Linke gerade steht und tatsächlich das Projekt Die Linke insgesamt in Gefahr ist. Und wir müssen, glaube ich, darüber diskutieren, wie wir eine stabile, starke Linke aufbauen können, aber auch grundsätzlicher eigentlich darüber reden, wie Linke sich zu Wahlen verhalten sollen, zu Regierung und zu Bewegung und wie dieses Verhältnis sozusagen ist. Genau, das wollen wir heute Abend mit euch machen. Der Ablauf wird sein, dass Klaus erst redet, dann Anna, je 15 bis 20 Minuten. Dann haben wir eine freie Diskussion, wo ich jetzt mal anpeilen würde, dass alle so um die fünf Minuten Redezeit haben, damit alle möglichst zu Wort kommen können. Bis ungefähr um 20 Uhr, dann haben wir kurze Schlussworte und dann Feierabend. Das wäre die Idee. Okay, so, dann gebe ich Klaus hiermit gerne das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, schönen Abend auch von mir. Diese Wahlniederlage, die hat ja im Prinzip so ein Schlaglicht auf den zerrissenen Zustand der Partei geworfen. Jedes, Seba hat es schon erwähnt, jedes Lager hat jetzt das eigene Narrativ, woran es gelegen hat. Und die Reformerin um Bartsch, Gysi und ähnliche Leute betonen ja jetzt relativ stark, die Vielstimmigkeit hat geschadet. Ja, und das ist auch richtig, aber anders als Sie es meinen. Wir hatten ein brauchbares Wahlprogramm. Also aus marxistischer Sicht war das jetzt nicht der Stein der Weisen oder was supergeniales, aber es war definitiv brauchbar. Gegen dieses Wahlprogramm hat Wagenknecht frontal geschossen. Sie hat, ihr wisst das alle, ihr Buch, die Selbstgerechten, mit einem Timing rausgehauen, wie es schlimmer nicht hätte sein können für die Partei. Aber nicht nur Sarah Wagenknecht hat gegen dieses Programm geschossen oder dieses Programm nicht genutzt. Denn die Parteiführung und die Wahlkampfleitung hat dieses Programm nicht in den Wahlkampf übersetzt. Also in Plakate, in Flugblätter, in Aktivitäten, sondern nur Ausschnitte dazu worden. Und zwar Ausschnitte, die im Prinzip die Forderung des Wagenknecht-Lagers aufgenommen haben. Nämlich die berühmte soziale Frage. Oder um genauer zu sein, ich gehe da später noch drauf ein, Teile davon. Und gleichzeitig wurden immer wieder Positionen infrage gestellt. Und gerade im Wahlkampf Endspurt habt ihr ja mitbekommen, was Henning Welsow und Bartsch zur Frage der NATO und so weiter gesagt haben. Unter dem Deckmantel, na über die NATO können wir sowieso nicht alleine entscheiden. Was rein sachlich jetzt erstmal nicht falsch ist. Haben sie aber im Prinzip den Rüstungshaushalt von 2018 akzeptiert. Nach Jahren der Aufrüstung. Und dazu kam immer die Regierungsfrage. Dieses sich aufdrängen als Ergänzung von SPD und Grünen. Und da würden natürlich die Reformerinnen, wenn sie jetzt hier in der Debatte sind, fragen. Ja, wieso? Unsere Wähler, das sagen die Umfragen ganz eindeutig. Die wollen doch mehrheitlich, dass wir mitregieren. Und es ist auch richtig, die Mehrheit der Wählerinnen sieht das so, da gibt es eine Partei, die tritt zu Wahlen an, die möchte ihre Ideen umsetzen. Und deswegen sollte sie dann auch in die Regierung. Aber da ist es doch gerade Aufgabe einer sozialistischen Partei, dagegen zu halten und zu sagen, wir sind eine andere Art von Partei. Uns geht es um eine Opposition. Uns geht es darum, unser Programm umzusetzen. Und das können wir mit diesen Parteien, wie sie da sind, nun einmal nicht. Und uns sind unsere Grundsätze wichtiger als die Posten in der Regierung. Und so eine Argumentation, die wird jetzt nicht immer mehr Stimmen bringen. Das ist auch korrekt. Aber dieses Mal haben wir doch ein eindeutiges Urteil. Die Anspassungsstrategie ist nicht nur inhaltlich falsch, sondern die ist auch wahltaktisch grandios auf allen Ebenen gescheitert. Weil wenn man sich auf diese parlamentarische Logik, eine Ergänzungspartei zu sein, einlässt, dann ist man auch abhängig von den Mechanismen, wie der Wahlkampf läuft. Und dieser Lagerwahlkampf, der war ohnehin ja nur herbeifantasiert, weil sich auf einmal, und zwar nicht wegen unserer Stärkung, sondern wegen der Stärkung der SPD, auf Grundlage der Krise der CDU, die arithmetische Möglichkeit ergab, einer Mehrheit links von FDP und so weiter. Also er war inhaltlich über dieser Wahlkampf gar nicht gegeben. Aber wahltaktisch war doch auch absehbar. Da musste man nicht so schlau für sein, dass wir zerquetscht werden in der Polarisierung zwischen Kanzler Laschet und Kanzler Scholz. Und dass, wenn Leute sicherstellen wollten, dass die CDU endlich wegkommt, dass sie dann das sichere Mittel wählen, die SPD oder, na gut, die Grünen nicht ganz so, aber zumindest die SPD. Und dahin sind ja auch die Stimmen gegangen. Wir haben ja über eine Million an diese beiden Parteien verloren. Aber dieser Anpassungskurs, der ist ja nicht nur kurzfristig, sondern der wirkt ja auch schon längerfristig. Und deswegen haben wir nicht nur an diese Parteien Stimmen verloren, sondern wir haben auch weiterhin Stimmen an die Nichtwählerinnen und Nichtwähler verloren und von denen keine Stimmen aus dem Bereich geholt. Aber alle Studien zeigen, dass gerade die Nichtwählerinnen und Nichtwähler die Leute sind, die in prekären Arbeitsbedingungen hängen, oftmals mit migrantischer Herkunft. Viele dürfen gar nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Aber gerade Menschen, die ganz unten stehen, die sich unter Druck sehen, wählen eher nicht. Die wählen auch nicht die Faschisten oder die Rechtspopulisten. Die wählen eher nicht. Und die erreichen wir nicht, weil wir für die keine Botschaft haben, weil wir für die zum Establishment gehören. Und das wirkt im Osten natürlich nochmal stärker, wo wir in beide Richtungen verlieren. In Richtung Nichtwählerin, aber dann auch nochmal Richtung AfD. Die Erzählung der Wagenknecht-Anhänger und Anhängerin ist jetzt wenig überraschend. Wir hätten die soziale Frage vernachlässigt, es gäbe ein Minderheitenthema, wir hätten uns um Minderheitenthemen gekümmert. Das argumentieren Sie mal mehr, mal weniger plump. Also Wagenknecht selber macht es brutal und redet von der Lifestyle-Linken. Die SL schreibt in ihrer Erklärung, man hätte sich auf die höher Gebildeten in den Großstädten konzentriert und das wäre falsch. Wir müssten auch die Sprache des Stammtisches sprechen. Und Fakt ist, es stimmt einfach von vorne bis hinten nicht. Man hat das ja auch zahlenmäßig untersucht. Die Artikel auf der Website, die Medienauftritte, die Wahlplakate. Überall hat die Linke die soziale Frage in den Mittelpunkt gerückt. Es finden sich nur einzelne Artikel zu LGBT-Plus-Themen auf der Website, auch zu Sexismus, Gewalt an Frauen finden sich super wenig Artikel, aber Dutzende und Hunderte zur Wohnungsfrage, zu Sozialleistungen und so weiter. Und diese sogenannte soziale Frage wurde auch in eine Art, in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt, die eigentlich bedeutet, dass die gesamte Partei der wagenknechtischen Forderung nachgekommen ist. Das war sozusagen das Minimalkompromiss des Wahlkampfes. Und wichtige Fragen von Kampf gegen die Klimakatastrophe, Kampf gegen Rassismus, Sexismus, wurden schlicht in den Hintergrund gerückt. Und das hat definitiv Schaden angerichtet. Dazu kommt natürlich, dass die Anhänger von Sarah Wagenknecht in NRW alles hätten anders machen können. Sie hatten die Spitzenkandidatin, sie haben die gesamte Liste bestimmt, haben alle anderen rausgedrängt aus der Liste. Sie haben hier eigenes Material hergestellt. Und das hat sich kaum natürlich vom Bundesmaterial entschieden, unterschieben. Und sie haben ja auch nichts gerissen hier. Das NRW-Ergebnis lag ja sogar noch unter dem bundesweiten Ergebnis. Verluste waren hier deutlich höher. Und diese ganze Debatte, wie wichtig ist die soziale Frage, hat sowieso eine Schieflage. Weil es kommt nämlich auch an, wie man die soziale Frage stellt. Und die ganzen und beide Lager, die Reformerin und die Wagenknecht-Anhängerin, haben diese soziale Frage nicht als Klassenfrage aufgeworfen. Also als Frage, wie können wir hier unten gegen die da oben kämpfen, am besten gemeinsam. Sondern die haben sie als Sozialstaatsfrage aufgeworfen. Welche einzelnen Leistungen können wir euch denn so geben, die ihr irgendwie beladen und unterdrückt seid? Und das ist natürlich auch von vornherein paternalistisches und sozialdemokratisches Herangehen. Weil Sozialstaatsfrage wirft auch die SPD auf. Also wir wissen, die SPD lügt. Aber viele junge Wählerinnen oder so, die noch nicht so die Erfahrung haben, bei denen Hartz IV nicht so wichtig ist, die haben es vielleicht schon wieder vergessen oder nie erfahren. Und deswegen sind wir nicht so richtig unterscheidbar gewesen. Und deswegen haben Leute, denen der Sozialstaat wichtig war, lieber die Partei gewählt, die relativ sicher in die Regierung kommt, als die Partei, bei der alles unklar ist. Und insofern müsste eine Linke, wenn sie die soziale Frage in einem aktivierenden Sinn aufgreift, die Wut aufgreifen der Prekären, der Abgehängten, die oftmals nicht wählen oder nicht wählen dürfen und sich als Opposition gegen das ungerechte System verstehen, als Opposition gegen die Grünen, welche der Arbeiterinnenklasse die höheren Energiepreise aufdrücken würden und das fälschlicherweise Klimaschutz nennen, als Opposition gegen die Hartz-IV-Partei. Und zum Thema Hartz IV, es gab zwar Plakate für die Rente und für den Mindestlohn, aber die Mindestsicherung, die wir auch fordern, die tauchte nicht groß auf. Und weg mit der Hartz-IV tauchte auch nicht auf. Und insofern ist dieses ganze Weg, wie diese soziale Frage aufgegriffen wurde, falsch. Und insofern sind auch die ganzen Reformerinnen so, gerade wie Dietmar Bartsch, die sich als große Taktiker sehen, die haben auch taktisch alles falsch gemacht. Die haben nicht nur unser Programm ignoriert und so. Die haben auch eine völlig schiefe Selbstwahrnehmung. Die haben strategische, taktische und kommunikative Fehler auf allen Ebenen gemacht. Und Dietmar Bartsch, tut mir leid, so gemein zu sein, aber der hält sich für einen Macher, aber er ist irgendwie doch eher so ein Trottel ohne Charisma in der ganzen Art, wie er jetzt auch versucht, das rüberzubringen. Dass er innerparteilich einiges drauf hat, gerade so mit Seilschaften und so, ist mir schon klar. Aber in der Öffentlichkeit symbolisiert er eigentlich diese Niederlage. Es wird ja viel diskutiert, inwieweit hat Sarah Wagenknecht der Linken wahltechnisch geschadet. Also, dass sie politisch schadet, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber rein wahltechnisch. Und ich glaube, sie hat auch da massiven Schaden angerichtet. Es wurden die abgeschreckt, die ihre Position kritisieren. Oder sind vor allen Dingen Multiplikatoren in Bewegung, aktive in der Klimabewegung. Sie war ja sich nicht so schade, bis zum letzten Tag über Fridays for Future herzuziehen, anstatt dafür zu argumentieren, dass wir einen antikapitalistischen Pol in der Klimabewegung brauchen. Aber gleichzeitig hat sie natürlich auch Leute abgeschreckt, also hat die Debatte um Wagenknecht Leute abgeschreckt, die empört darüber sind, wie die Linke mit Wagenknecht umgeht. Mensch, die Talentierteste und ihr lasst die mal nicht so richtig ran. Und dazu kommt, dass viele auch noch Wagenknecht gut finden, die niemals auf die Idee kommen, die Linke zu wählen, weil sie die gut finden, wegen ihrer inhaltlichen Zugeständnisse an die Rechten. Und insofern hat das auf allen Ebenen geschadet. Aber der härteste Schaden ist eigentlich, dass die Linke beim Teil von Bewegungsaktiven unten durch ist und die Vertrauen verloren haben. Ja, wie geht es jetzt weiter? Tja, wir haben als SAV die Linke vor dem Auftauchen des Wagenknecht-Lagers eigentlich als zwei Parteien in einer bezeichnet. Wir haben die Reformerinnen, die sich als parlamentarische Ergänzungspartei sehen und wir haben einen tendenziell antikapitalistischen kämpferischen Flügel. Also Flügel jetzt nicht im Sinne von ganz klar formiert, aber so als Stimmung, als Strömung in der Partei. Und mit Wagenknecht und ihren Linkskonservativen haben wir im Prinzip einen dritten Flügel. Und diese beiden im Kern reformistischen Flügel, die kooperieren teilweise, siehe das berühmte Hufeisenbündnis in der letzten Fraktion, fechten aber auch Machtkämpfe aus und sind an manchen Punkten nicht miteinander vereinbar. Und die versuchen natürlich jetzt ihre Erzählungen durchzusetzen und machen wir uns nichts vor. Erst einmal ist natürlich die Parteirechte gestärkt, allein wenn man sich die Zusammensetzung der Bundestagsfraktion anguckt. Die Verteilung der Gelder, die Abhängigkeit von den drei Direktmandaten. Und das werden sie versuchen zu nutzen. Also Gysi hat wie gesagt behauptet, Vielfältigkeit wird zum Problem. Und Bartsch macht das nochmal klar und geht da auf einen der Kernpunkte der Partei, die Friedensfrage. Er sagt im Interview, NATO raus oder rein, Auslandseinsätze ja oder nein, das ist doch viel zu einfach. Wir werden unsere außenpolitischen Positionen verbessern müssen, gerade in der Europapolitik. Die Linke hat sich zu oft auf Parteitagen die Welt zurecht beschlossen und am Montag danach festgestellt, dass die Welt eine andere ist. Also Dietmar Bartsch möchte uns die Realität nahe bringen und die Realität ist, NATO jibbet nun mal, Militär gibt es auch, da müssen wir irgendwie mitmachen. Das Wagenknechtlager macht natürlich weiter mit ihrer Idee einer nationalreformistischen Partei. Allerdings mischt sie das inzwischen, dieses spaltende Narrativ, mit korrekter Kritik an der Orientierung auf SPD-Grüne und Koalieren. Also hat insofern bedient auch ein bisschen die linke Flanke. In der Fraktion selbst fehlen vor allen Dingen antikapitalistische Vertreterinnen und es ist eine rechtere Fraktion als die, also im Parteispektrum jetzt, als die vorherige. Und sowohl die Anhänger von Sarah Wagenknecht als auch die Reformerin dominieren. Und es bleibt offen, ob sie Kompromisse finden, zum Beispiel beim Fraktionsvorsitz. Und die Frage der Abspaltung des Wagenknechtlagers ist als Option definitiv auf dem Tisch. Aufstehen wurde im Wahlkampf reaktiviert. Und das Buch, die Selbstgerechten, ist ja im Kern das Manifest für eine Abspaltung. Also die Grundlage für eine eigene linkspopulistische, linkskonservative Bewegung. Ich kann nur nicht beurteilen, ob sie durchziehen. Also ich kann nicht in die Köpfe gucken. Es gibt auch Gründe dagegen. Die eigenen Schwächen, gerade beim Personal. Das Risiko, dass bei einer Zehlegung der Linken nicht genug für, auch für keins der Spaltprodukte genug übrig bleibt. Und ich weiß nicht, ob sie sich durch die vorübergehende Stärkung der Sozialdemokratie auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen. Aber unsere Perspektive ist, dass das nicht auszuschließen ist. Und die Folgen werden übrigens besonders in Nordrhein-Westfalen massiv. Das möchte ich mal so als Stoff in die Debatte geben, weil ich nicht die Zeit habe, hier alle zehn Szenarien aufzulisten. Ich glaube, dass die Niederlage der Linken konkret durch die Fehler der Führung verursacht wurde. Eine andere Partei, ein anderes Ergebnis wäre möglich gewesen. Ich möchte es aber auch nicht zu eindimensional beschreiben, weil der Hintergrund dieser linken Krise ist natürlich auch, dass wir bis heute ein sehr niedriges Niveau von sozialen Kämpfen haben. Und gerade in der Pandemie quasi nochmal eine Eskalation der Zuschauerinnen-Demokratie, also mit wenig Selbstaktivität und mit einer gewissen Dominanz von Medien, die sozusagen den bürgerlichen Parteien Vorschub leisten. Also die Ausgangslage war jetzt nicht die beste, aber man hätte aus dieser Ausgangslage mehr machen können und müssen. Und ich glaube, dass das Ergebnis in Berlin zeigt, natürlich zum Teil, dass die Berliner Linke ganz gute Arbeit gemacht hat, gerade in so Bezirken, wo die Partei Linke stark ist, wie in Neukölln. Aber es zeigt auch, dass es in Berlin mehr Kämpfe gegeben hat. Also natürlich die wunderbare Bewegung zum Enteignen der Wohnungskonzerne, aber auch die Streiks in den Kliniken, was so ein bisschen natürlich auch der Linken insgesamt, aber auch der Partei Linken etwas mehr Auftrieb gegeben hat, sodass da das Ergebnis nicht ganz so schlecht war wie auf Bundesebene. Zu den Aufgaben des linken Flügels. Also die Lage der Partei ist ernst, ist gefährlich. Sollten allerdings nicht vergessen, ich glaube, Anne wird da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass es die letzten Jahre auch positive Entwicklungen gab. Also die Partei ist verjüngt, es sind eher kämpferische Leute eingetreten. Die Mitgliederungen der Partei wurden aktiviert, auch in einigen NRW-Städten. Bei den Wahlen zum letzten Parteivorstand ist die Bewegungslinke gestärkt worden. Leute, die im Großen und Ganzen für verbindende Klassenpolitik stehen, meiner Meinung nach oftmals politisch unklar sind, gerade in der wichtigen Regierungsfrage, aber insofern strategisch auch nicht immer gut agieren, aber die was ausdrücken, dass es eine andere Stimmung in der Partei ist, dass Menschen sind, die quasi Partei und soziale Kämpfe miteinander verbinden wollen. Die AKL ist definitiv stärker in Analyse und Programm, aber personell stagniert sie eher, ist allerdings wichtiger denn je. Und das Erste, was wir jetzt tun müssen als Partei-Linke insgesamt, ist gegen die Frustration anzukämpfen, gegen das Auseinanderbröckeln. Denn solche Krisen führen erst mal dazu, dass die Menschen mit mehr Beharrungsvermögen sich dran klammern an die Partei. Und das sind oft die Bürokratinnen und Bürokraten und nicht die Aktiven, die auch noch ein anderes Leben und andere Aktivitäten haben. Das heißt, wir müssen diese Genossen auf jeden Fall dazu bringen, nicht aufzugeben, sondern dabei zu bleiben. Und gleichzeitig Forderungen und Projekte vorantreiben, dabei mehr Zuspitzung und Radikalität reinbringen und an den Dingen ansetzen, die in den letzten Jahren gut gelaufen sind im Klassenkampf, der Wohnungskampf in Berlin, die Klinikstreiks. Und eine zentrale strategische Aufgabe bleibt, einen antikapitalistischen Pol in der Klimabewegung aufzubauen. Nicht völlig alleine, mit anderen Aktiven in der Bewegung zusammen, weil die Klimabewegung vor der großen Frage steht, vom Protest zum Widerstand überzugehen. Heißt allerdings auch, dass wir diese, also wir dürfen diese Bewegungsorientierung nicht nur als Postulat verstehen, sondern müssen real Partei und Kämpfe stärker verzahnen. Heißt aber meiner Meinung nach, auch das war ein bisschen kontrovers diskutiert in der AKL NRW, dass wir nicht mit aller Kraft nach innen in die Partei gehen, sondern punktuell, dass wir uns die Punkte aussuchen, wo wir in die Partei reinwirken, weil wir und unsere Aktiven aus der Partei Linken tatsächlich in den Bewegungen gebraucht werden bei der Weiterentwicklung. Wir können diese Partei nicht daran hindern, sich selbst zu schädigen. Wir sind nicht die Feuerwehr und der Rettungswagen. Wir können aber Akzente setzen und Genossen ermutigen, gute Beispiele bringen. Wir werden auf Regierungsebene, ich komme auch zum Schluss, danke Silber, auf Regierungsebene werden wir vermutlich eine Ampelregierung erleben. Der, die Geschwindigkeit oder Rhythmus der sozialen Angriffe ist mir zumindest noch nicht ganz klar. Wir haben keine akute ökonomische Krise. Das würde einen gewissen Spielraum, eine gewisse Honeymoon-Periode für diese Regierung möglich machen. Allerdings gibt es ein paar Punkte, die wir wissen. Sicher ist, die Klimakrise spitzt sich zu und die Maßnahmen dieser Regierung werden nicht reichen, die auch nur abzumildern. Und daraus können Kämpfe entstehen. Sicher ist auch, die Kosten der Pandemie und auch der bescheidenen, tatsächlichen oder gefakten Klimamaßnahmen werden auf die Arbeiterinnenklasse umgewälzt. Wir sehen jetzt schon die massive Entwicklung bei den Energiekosten, aber insgesamt mit den inflationären Elementen, die wir gerade haben. Sicher ist auch, anhaltende tiefere Probleme, Wohnungsfrage, Niedriglöhne und Situationen im Gesundheitsbereich werden uns erhalten bleiben. Das heißt, es wird Möglichkeiten zur Gegenwehr geben, ohne in diesen Kämpfen eine linke Partei aufzubauen. Und das ist erst mal diese Linke. Wenn die Batschisten und das Wagenknechtlager ihren selbstzerstörerischen Kurs fortsetzen, dann kann es immer schwieriger werden, das mit dieser Partei zu machen. Und es kann diese Partei zerreißen. Aber es ist auf der genauso wenig ausgeschlossen, dass diese weiter zusammenhält. Und dann können wir auch in den nächsten Jahren die Auseinandersetzung in und um diese Partei führen. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank, Klaus. Pin, Video entfernen. Und Anne anpinnen. So, dann hat Anne jetzt das Wort. Ach so, wenn ihr euch gleich melden wollt, ihr könnt euch auch schon melden, während Anne redet, dann schreibt einfach euren Namen in den Chat oder benutzt die Handheben-Funktion. Oder mit Video am liebsten nicht, weil das sehe ich nicht. Also versuch es irgendwie anders. Anne, bitte. Ja, vielen Dank, Seba. Und auch nochmal vielen Dank an Klaus für diese Einschätzung. Klaus und ich haben immer so ein bisschen die Tendenz, aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Entwicklungen zu gucken. Und ich glaube, ich versuche ein bisschen mehr auf die Perspektive der Linken einzugehen. Aber ich denke, dass wir insgesamt zu ähnlichen Schlüssen kommen. Nämlich, dass die Linke jetzt an einem Scheideweg steht und sich entscheiden muss, auf welcher Seite des Klassenkampfes sie steht. Die Linke hat bundesweit zwei Millionen Wählerinnen verloren und es ist richtig, von einer schweren Niederlage zu sprechen. Allerdings gibt es, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, einen interessanten Artikel von Kerstin Augustin in der Taz. Und der schreibt, dass die beste Zeit der Linken noch kommt. Und damit meint er sowohl die Linke groß als auch kleingeschrieben. In dem Artikel wird dann eine Reihe von Erfolgen der letzten Woche für die Linke, also kleingeschrieben, vor der Wahl aufgezählt. Und ich werde dazu noch ein paar Erfolgsgeschichten oder zumindest ein paar Entwicklungen ergänzen. Denn allein jetzt diesen Mittwoch dieser Woche gab es in unterschiedlichen Bundesländern Deutschlands mindestens fünf unterschiedliche Streiks und Warnstreiks. Zunächst einmal zu dem, was man als Erfolg in Bezug auf die Partei Die Linke bezeichnen kann. Das Ergebnis ist eigentlich in gewisser Weise und auch vor dem Hintergrund, was Klaus skizziert hat, in gewisser Weise auch optimal für die breite Linke. Es ist ein krasser Warnschuss. Die Linke wäre fast nicht drin gewesen, hätte sie nicht drei Direktmandate geholt. Und damit ist die Führung gezwungen, sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen. Sie ist gezwungen, programmatische und personelle Änderungen vorzunehmen. Und es kann kein weiter so in diesem Zickzackkurs zwischen Mitspielen im Establishment und Klassenkampf geben. Die Linke muss sich entscheiden, entweder für die falsche Seite, dann ist sie in spätestens vier Jahren tot. Oder für den Klassenkampf von unten und dann hat sie Potenzial zu wachsen. Und an diesem Scheidepunkt steht sie ganz eindeutig, und das sollte auch dem letzten Reformer der Partei klar sein, dass es gerade um alles geht. Und dass diese daraus aber leider, und das hat Klaus ja auch skizziert, die absolut falschen Schlüsse ziehen, das wird immer mehr deutlich. Wichtig ist, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und den Kampf um die Linke auch auf der breiten Linke führen. Und gleichzeitig, und das gehört gewissermaßen zum Erfolg des Wahlabends, ist die Partei Die Linke nicht aus dem Parlament geflogen. Die Strukturen und die wichtige Oppositionsarbeit sind damit nicht komplett futsch. Sie ist immer noch da drin und kann wichtige Untersuchungsausschüsse, Anfragen, Anträge und so weiter stellen. Und wir sind ja auch nicht dagegen, in ein Parlament zu gehen, sondern wir sind eben genau dafür, das Parlament eben auch zu nutzen. Und wie die Linke insgesamt dieses wichtige Instrument nutzt, um die Kämpfe voranzutreiben, das müssen wir diskutieren. Und darum müssen wir in der Partei eben auch kämpfen. Momentan sieht es jedoch mit dieser Perspektive weiterhin nicht gut aus. Denn trotz dieser, sagen wir, positiven Perspektive in der Niederlage, ist die Parteirechte gestärkt. Gleichzeitig ist die Gefahr des Auseinanderrechens akuter, wenn es keinen Kompromiss zwischen diesen unterschiedlichen, teilweise auch sehr reformistischen Flügeln gibt. Die antikapitalistische Perspektive spielt darüber zunächst momentan eine geringe bis gar keine Rolle. Und die Klärung wird es geben, aber es ist noch nicht klar, in welche Richtung. Ein weiterer Erfolg jedoch fand außerhalb der Bundestagswahl statt. Wie Klaus auch schon genannt hat, die Bewegung Deutsche Wohnen enteignen hat einen Sieg davon getragen. Über eine Million Menschen in Berlin, zehn der zwölf Bezirke, haben mehrheitlich für Enteignungen der großen Immobilienhaie mit mindestens mehr als 3000 Wohnungen gestimmt. Für Enteignungen, und das müssen wir uns bewusst machen, das ist ein Erfolg. Vor fünf Jahren wäre dieses Wort in den öffentlichen Medien auf jeden Fall verunglimpft worden. Oder es wäre so eine krasse Anti-DDR oder Gulag oder was auch immer Kampagne geführt worden. Und das ist den Medien trotz solcher Versuche nicht gelungen. Heute steht dieses Wort für ein lebenswertes Leben und schürt unter vielen Menschen Hoffnung. Eine weitere wichtige Entwicklung, auch für linke Ideen, sind die Streikbewegungen, die in Deutschland gerade stattfinden oder stattgefunden haben. Darunter vor allem der GDL-Streik, der nicht nur das Streikrecht, sondern auch das Koalitionsrecht verteidigt und das absurde Tarifeinheitsgesetz infrage gestellt hat. Abgesehen auch von dem gewissen Achtungserfolg in den Verhandlungen. Und dann gab es die Streikrunde der Krankenhäuser in Berlin, die gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen ist, wo die Kolleginnen 29 Tage bewiesen haben, dass sie sich nicht mehr über den Tisch ziehen lassen und es ihnen mit der Krise im Gesundheitsgewesen ernst ist. Dann fand auch in Berlin ein Streik jetzt am Mittwoch von 500 Lehrern statt, der auch an sich eine wichtige Forderung auf die Tagesordnung gesetzt hat, nämlich einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz durch kleinere Klassen. Und diese Forderung kann auch in anderen Bundesländern aufgegriffen werden, beispielsweise für Organisierung und den Aufbau von Schulgruppen genutzt werden. Denn das ist eine attraktive Forderung, die gerade jetzt in der Corona-Zeit deutlich unterstreicht, wie wichtig kleine Klassen sind, nicht nur aus einer Gesundheitsperspektive, nicht nur aus einer Überlastungsperspektive für die Lehrerinnen sind, sondern vor allem auch klar aus einer pädagogischen Perspektive, um eben auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen eingehen zu können. Des Weiteren gibt es den bemerkenswerten Kampf, den sogenannten wilden Streik der Gorilla-Fahrerinnen in Berlin, die gegen prekäre Bezahlung, willkürliche Entlassungen und für einen Tarifvertrag kämpfen. Und hier hat sich nun Verdi endlich überzeugen lassen, die Kolleginnen zu unterstützen, nachdem das Management mit einer Entlassungswelle droht. Auch die Amazon-Beschäftigten in Bad Hersfeld, Leipzig und Winsen unter anderem haben regelmäßig gestreikt. Es gab jetzt am Mittwoch auch eine Streik-Demo von 1000 bundesweiten Bauarbeiterinnen in Berlin. Es gibt die Kämpfe im Einzelhandel bundesweit oder auch die aktuelle Tarifrunde der Länder und später auch im öffentlichen Dienst. Da kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber es finden insgesamt, denke ich, doch eine ganze Reihe wichtiger Entwicklungen statt. Die SAV hat auf ihrem bundesweiten Kongress im Juni festgehalten, dass vor allem die Bereiche Pflege, Bildung und Logistik in den nächsten Monaten aktiv werden, da sie in der Pandemie an der ersten Front standen und die Wut unter den Beschäftigten steigt. Diese Position hat sich mit dem wachsenden Aktionspotenzial in den Bereichen absolut bestätigt. Hier sind es vor allem Frauen und Migrantinnen, die sowohl die Gewerkschaftsstrukturen aufmischen, als auch an den Protesten und Streiks beteiligt sind. Des Weiteren gab es vor den Bundestagswahlen einen Klimastreik, an dem sich eine halbe Million Menschen bundesweit beteiligte. Und in gewisser Weise war das auch ein Erfolg, weil die Bewegung sich trotz der Schwäche, die sie auch während der Pandemie oder die es teilweise während der Pandemie gab, sich wieder neu und auch erstärkt präsentierte. Es gibt zudem weitere Auseinandersetzungen um das Recht auf Abtreibung und die Streichung des Paragrafen 218 und 219. Die Lage hat sich für Betroffene in den letzten Jahren in Deutschland massiv verschlechtert. Jedoch ist es der Bewegung gelungen, diese Themen wieder sichtbar zu machen. Vor den Bundestagswahlen gab es zudem eine große Unteilbar-Demonstration mit 30.000 Teilnehmerinnen in Berlin, die Abschiebung Rassismus und Polizeigewalt thematisierte. Und an der sich auch Pflegerinnen und Aktivistinnen von Deutschen Wohnen und Eigenen beteiligten. Und es gab weitere Kämpfe. Die Reformer um Bartsch einerseits und um Wagenknecht andererseits möchten das gerne leugnen. Aber es ist offensichtlich, überall dort, wo linke Mitglieder glaubhaft nicht nur an der Seite, sondern als Teil der Bewegungen auftraten, hat die Linke dazugelegt. Das gilt für Neukölln und Kreuzberg und überall dort, wo sich gerade sehr viel bewegt. Das hat nicht überall geklappt. Es gibt auch andere Orte, wo die Linke unterstützend aufgetreten ist. Berlin ist aufgrund des höheren Standes sozialer Kämpfe sicherlich besonders hervorzuheben. Eins ist aber klar. Ganz offensichtlich hat die Linke dort verloren, wo sie widersprüchlich und unentschlossen von einem Bein auf das andere tritt. Das gilt vor allem für NRW, wo Wagenknecht gerade mal 3,5 Prozent holte und die Auseinandersetzung ihrer Person entweder für oder gegen sie von den Kämpfen ablenkte, die Linke bei aktiven Schichten diskreditierte und Wählerinnen gespalten hat. Ihre Positionen an sich sind nicht haltbar. Für alle, die gerade irgendwo in Auseinandersetzungen geraten sind oder auch von den Auswirkungen der Flutkatastrophe, Rassismus, Sexismus oder Entlassung getroffen sind, die künstliche Trennung der Themen Unterdrückung und Ausbeutung gerade von Linken ist nicht aufrechtzuerhalten. Natürlich werden Gorilla-Fahrerinnen und Amazon-Beschäftigte ausgebeutet, aber sie sind auch häufig von strukturellem Rassismus des Staates, Polizeikontrollen betroffen und sogar von Abschiebungen bedroht. Natürlich gehen die Pflegekräfte, Erzieherinnen und Lehrerinnen auf dem letzten Zahnfleisch, sind ausgebeutet, aber unter ihnen gibt es auch viele, die von strukturellem Sexismus, Homo- und Transphobie, Abwertung, Gewalt und fehlenden Angeboten für Schwangerschaftsabbrüche betroffen sind und oder in zu wenig und zu teurem Wohnraum leben, für denen das wenige Gehalt dann auch noch draufkommt. Und insgesamt sind alle von der Klimakrise betroffen, denn auch Lehrkräfte, Postboten und Pflegekräfte haben in Ahrweiler und anderen Flutgebieten ihr Hab und Gut verloren und sind weit weniger gut versichert als die herrschende Klasse. Wir alle sind mittelfristig von steigender Hitze, von Ernteausfällen, Überschwemmungen, Dürren und Naturzerstörung betroffen. Zu versuchen, Ausbeutung von Mensch und Natur und Unterdrückung voneinander zu trennen, spaltet nicht nur die Klasse, sondern nimmt sie auch nicht ernst und führt nicht dazu, dass sie sich an den unterschiedlichen Fronten, an denen sie gerade kämpft, unterstützt fühlt. Es gibt verschiedene Auseinandersetzungen, in die die Linke sich einmischen kann und deutlich Position beziehen kann. Seien es Klima, die Tarifrunde der Landesbeschäftigten, der Bauarbeiterinnen, der Beschäftigten im Einzelhandel. Es macht auch keinen Sinn, zu versuchen, in Auseinandersetzungen hineinzuregieren oder sie von oben herab zu bewerten oder sich irgendwie als Kümmererpartei zu inszenieren. In der Arbeiterinnenklasse gibt es unter vielen, vor allem jungen Schichten, ein neues Selbstbewusstsein und das Letzte, was sogenannte Malocherinnen brauchen, ist Bevormundung. Wahlplakate, wie die in Berlin gehängt wurden, wie Malocher vor Ausbeutung schützen, sind absolut daneben. Erstens, weil Ausbeutung in allen Berufsgruppen stattfindet und erst mit der Abschaffung des Kapitalismus abgeschafft werden kann. Lohnarbeit bedeutet so lange immer Ausbeutung. Zweitens brauchen Malocherinnen keinen Schutz, sondern sie brauchen eine Partei, die sie unterstützt, die mit ihnen kämpft, die ihnen bei der Organisation hilft und Verbesserungen zu erkämpfen und die Gewerkschaftsführung vor sich hertreibt und für eine Demokratisierung von Tarifverhandlungen und Streikkultur eintritt. Sie kann zu den Streikposten gehen, wo es darum geht, nachzufragen und gemeinsam mit den Beschäftigten Ideen zu entwickeln, wie es weitergeht. Sie kann mit ihnen in Absprache Gesetzestexte, Anfragen, Studien und so weiter entwickeln, um die Kämpfe voranzubringen und sich darüber selbst aufzubauen. Die Linke hat jetzt folgende Aufgaben. Sie muss die Erfolge wie in Neukölln und Kreuzberg auswerten. Sie muss bundesweit das Mietenthema pushen und überall deutsche Wohnen in eigenen und Co-Initiativen möglichst aufbauen und unterstützen. Sie muss jetzt zu den Tarifverhandlungen Stellung beziehen. Wenn Wagenknecht und Co. beispielsweise die Kassiererinnen so sehr am Herzen liegen, dann muss sie an den aktuellen Auseinandersetzungen nicht nur diese begleiten, sondern aktiv unterstützen, dort bei Streikposten auftauchen und so weiter. Die Linke muss stärker in die Klimabewegung eingreifen. Und das hat der Klaus schon gesagt, einen antikapitalistischen, klassenorientierten Pol bilden mit Plakataktionen, Shaming, Protesten, Slogans wie Klimakiller enteignen. Denn vor der Wahl oder nach der Wahl ist vor der Wahl. Auch jetzt kann sie wieder plakatieren. Auch jetzt kann sie in die Offensive gehen, nicht nur um sich selber ins Parlament zu liefen, sondern eben um bestimmte Forderungen und bestimmte Bewegungen sichtbar zu machen. Sie muss an die Pflege und an die Bildungssituation ran und ganz offensiv Umverteilung mit Steuern, Enteignung, Investitionspakete und Protestaktionen fordern und vorschlagen. Weder die Linke, kleingeschrieben, noch die Menschen, die gerade an unterschiedlichen Fronten gegen Kapitalismus im weitesten Sinne kämpfen, brauchen eine Linke, die sich nur zum Selbstzweck oder zur Selbstbereicherung ihrer Abgeordneten und Beschäftigten aufrechterhält. Die SAV steht konsequent an der Seite der Kämpfe, die sowohl Ausbeutung als auch Unterdrückung jeglicher Art thematisieren. Wir wollen mit den Bewegungen, egal ob in den Betrieben oder auf der Straße, Erfahrungen sammeln. Unsere Mitglieder sind Teil in Bündnissen, Verkehrswende, Klimastreik, in den Gewerkschaften GEW, EG Metall und Verdi und stehen für bessere Bildung und Pflege ein. Wir verbinden diese Kämpfe mit einem Programm zur Abschaffung des Kapitalismus und Aufbau einer demokratischen, sozialistischen Gesellschaft von unten. Die Linke ist für uns ein wichtiges Arbeitsfeld und wir sind darin Mitglied. Allerdings weigern wir uns, ein weiter so oder einen weiteren Schritt Richtung Spaltung der Arbeiterinnenklasse einerseits und Anpassung an andere bürgerliche Parteien andererseits zu akzeptieren. Wir kämpfen dafür, dass die Linke bundesweit und nicht nur vereinzelt konsequenter, teilbetrieblicher und sozialer Bewegung wird und nicht mehr bevormunden daneben steht. Und noch in Regierungsbeteiligung oder im Versuch mit Bürgerlichen mitspielen zu wollen, wichtige Forderungen über Bord wirft. Und das ist natürlich auch ein Appell jetzt an alle, die noch nicht Mitglied der SAV sind oder sich überlegen, Mitglied zu werden. Genau, also werdet Mitglied der SAV, kämpft mit uns an unserer Seite für eine demokratische, unangepasste, kämpferische und antikapitalistische Linke. Vielen Dank. Vielen Dank.